Hi, Vater Amadil, Amandil. Also ob ich dafür jetzt mein Schild verschwendet habe. Oh mein Gott! Leck mich! Der macht am Anfang immer das gleiche. Wer fällt drauf rein? Ich. Oh, ja, sehr gut. Sehr gut. Juke! Ha! Es wird so zu bewegt. Oh mein, so lange trifft er einfach nicht. Solange ich seinen komischen Schatten spawne, ist eigentlich alles easy. Oh! Dass mich das nicht getroffen hat, wundert mich jetzt ein bisschen, aber... Ach, apropos nerviger Schatten. Ja, falsch, das ist sehr gut. Aber unser Schild ist einfach göttlich. Oh mein Gott, das ist der perfekte Raum bis jetzt. Ah, okay, ab jetzt, ab jetzt kommen die Explosionen. Gut zu wissen. Ah, ab jetzt kommen die Explosionen. Gut zu wissen. Ah, ab jetzt kommen die Explosionen. Gut zu wissen. Ja, leck mich einfach fett. Leck mich. Hast du mich verstanden? Ja, sehr gut. Bravorös. Ich bin da reingeportet, ne? Der Anfang war so perfekt. Ich habe nicht ein Leben verloren bis zur Barriere. Und dann habe ich es einfach weggeschmissen. Durch komplette Dummheit. Mann. Oh, schön. Okay, wir haben Damage gemacht. Eigentlich muss ich nur häufig noch die Richtung wechseln, damit ich immer nah genug dran. Ja. Perfekt. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da kann man eine schöne Doppelrolle machen, falls man es verkackt. Okay, damit habe ich es nicht gerecht. Ich dachte, es wäre der Schlag. Gut. Ja, genau der dachte ich wäre das. Danke, dass du es nochmal vorführst. Okay, ich dachte, es wäre wieder der Schlag. Aber beim Schlag hebt er nach oben, nach unten. Hebt er nach unten. Klar, wer kennt es nicht? Gut, da wäre ich fast reingerollt. Sehr schön. Aber jetzt kommt der Scheiß. Okay. Ah, diese Explosion, dann haben wir mal. Okay, jetzt schön wäre es mal. Okay, der Schild hat es geblockt. Perfekt, genau. Das wollte ich. Da habe ich mich schön reingeportet. Wo ist er? Leck mich. Leck mich. Einfach nur. Ich habe so keinen Bock auf diesen Boss. Der ist so nervig. Dass ihr jetzt sogar seht, wie ich hier lang laufe. Ja, jedes Mal muss ich diesen dummen Weg lang gehen. Hey, was geht? Ich kriege es nicht hin. Kann es vergessen. Obwohl, mit dem richtigen Timing vielleicht. Yay. Du bist scheiße, Junge, du akzeptierst. Keine Chance gegen den Master. Komm, nehm ich doch. Der verpisst sich nur. Oh, das hat mich getroffen. Okay. Hashtag Master. Schöne Doppelrolle einfach. Dann Rollangriff. Gleich ist es soweit. Gleich kommt die Barriere. Die Barriere. Sie teilt uns. Frennt uns. Und weiß nicht, was alles ist. Ich tut nochmal Schatten. Ich überlege ernsthaft, ob der Schatten vielleicht durch den Hammer besiegbar ist. Könnte ich mir halt tatsächlich vorstellen. Oh, schön. Null Damage. Dank Schild. Einfach Predicted. Dank Genialität. Oh. Komm, bitte. Diesmal muss es einfach funktionieren, dachte ich. Und dann merkte ich, dass ich einfach nur scheiße bin in diesem Spiel. Ich habe mich nicht rumgedreht. Letzter Heiltrank, Leute. Wer noch Wetten abschließen will, wie oft ich noch sterbe, jetzt ist die Möglichkeit. Oh mein Gott. Ich habe ihn legit nicht gesehen. Komm. Das ist gerade nicht passiert. Das ist gerade nicht passiert. Weißt du, selbst der CPU hat keinen Bock mehr. Die Auslastung meines CPUs geht einfach konstant in die Höhe. Ah, fuck. Fast. Ah. Der denkt sich so. Junge, hör einfach auf. Gib auf. Du bist scheiße. Hör einfach auf. Das macht keinen Sinn. Lass es einfach. Wieso versuchst du es überhaupt? Du bist schlecht dafür. Das denkt sich mein CPU. Oh shit. Das war eine echt gute Kombo jetzt. Wir haben über wie ein Fünftel Leben gezogen. Ja, danke. Ja, danke. Ja, komm. Hast du es jetzt? Hier, wie wäre es damit? Kann ich auch noch. Lass diesen Schatten doch mal sein, Junge. Keiner mag den. Okay. Mag vielleicht ein Fetisch sein, aber nee. Sehe ich nicht ein. Ja, sehr schön. Da bin ich gut reingebordet, du. Mhh. Delicious. Dankeschön. Ich liebe dich. Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich schon kommen sehen. Das nicht. Ja, danke. Oh mein Gott, wieso bin ich so low? Oh mein Gott, ich habe gleich gesehen, dass ich so low bin. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Okay, jetzt sind die jetzt ein bisschen aggro. Und geht immer auf mich, oder wie ist jetzt hier die Lage? Ja, da bin ich richtig gut reingerollt. Aber sonst habe ich es schon mit den... Oh nein, ich bin tot. Whatever happened. Ich war komplett verwirrt. Ich wusste nicht, dass ich zwei Pfeile gleichzeitig in der Luft haben kann. Yes. Die 100 machen wir noch voll, oder Leute? Wo stehen wir jetzt? 50. Nice. Haben wir Hälfte schon geschafft. Ja, war klar. Rechts. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Aber Gott sei Dank ist mein Schild genau in der richtigen Zeit wiedergekommen. Diese Angriffe sind alle so gut. Der sollte die einfach viel häufiger machen. Dieser Schatten und diese Explosionen, wenn er portet. Das sind die einzigen schlimmen Sachen eigentlich. Alles andere ist Easy-Modo. Easy-Modo. Okay. Achtung, Barriere kommt. Ja. Sehr schön. Perfekt. Delicious. Nice. Schön. Nö. Nö. Okay, ich sollte damit aufhören. Ich versuche ihn immer so ein bisschen zu predikten. Aber das funktioniert halt nicht. Oh shit. Ich habe nur nach rechts geguckt und gewartet, wo er auftaucht. Der macht das so selten so, diesen Aggro-Move, dass ich mir immer so denke... Oh nein. Oh Gott sei Dank. Oh. Nein. Verdammt. Ah, jetzt kommt der Scheiß. Da ist der Schatten. Ich bin Millimeter-Pixel-Genau vor den Schatten geportet. Pixel-Genau. Leck mich doch fett. Schön. Ich habe nicht mein Damage aufgekriegt. Nice. Ah, schade. Es ist zu kurz. Ach man, so früh Damage zu kriegen, ist halt so unnötig, Junge. Hör doch auf. Ja. Geh einfach auf. Es macht einfach keinen Sinn. Du bist einfach zu schlecht dafür. Zu schlecht. Zu schlecht. Zu schlecht. Roll doch. Okay, Achtung. Oh, ja. Da rolle ich auch noch rein. Nice. Barriere. Wieso renne ich da rein? Ah, es ist gut mit dem Schild da rein zu rennen, denn... Das ist eigentlich das Gefährlichste an ihm. Ah, wir tun auch der Scheiß. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Hi. Ich bin der neue Herausforderer. Wie geht's? Alles fit im Schritt? Wow, ich bin so dumm. Wie bin ich überhaupt lebensfähig? Jedes Mal rolle ich in diesen pipi-einfachen eigenen Einwohnungsbein. Meine Fresse. Okay, die Dingens wird vielleicht kommen. Ja, da ist es schon, die Barriere. Ich glaube aber, dieser Bogen übernimmt wirklich den Status, in dem ich bin. Das heißt, ich kann mit dem in der Theorie auch während des Rollens fort... Ja. Ja. Okay, das ist gut. Okay. Perfekt. Genau so wollte ich das. Ah, die habe ich nicht mal gesehen durch diese Kugelheizkacke. Aber jetzt wird es ja richtig spaßig. Whatever just happened. Weißt du, was du spielst? Das hat einfach recht. Ich bin einfach unwürdig. Ich bin einfach unwürdig. Ich kann echt in der Mitte noch mal so einen kurzen Schwenker machen. Okay, das trifft mich. Damit man ihn so triggert, dass er wirklich in die eine Richtung geht. Okay. Wir haben ihn gleich wieder Half-Life. Das ist der Schatten. Warum habe ich den nicht mit dem Schild geblockt? Unlucky. Ich habe A gespammt, aber mein Charakter hatte keine Lust. Komm her, Schatten. Danke. Ich werde den Schatten aber jetzt einfach immer versuchen mit dem... ähm... Schild loszuwerden. Danke. Weil das ist, wie gesagt, das Nervigste. Vor allem, wenn ich da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darauf achte. Ja. Das war genau, was ich nicht haben wollte. Schild. Danke. Okay. Perfekt. Ich habe ihn noch gesehen und dann war ich im Waffenwechsel und dann kriege ich einfach nur die Krise. Wie lustig ist das eigentlich, jemandem dabei zuzusehen, so oft zu verheilen? Es muss einfach nur lustig as fuck sein. Immerhin habe ich das. Hey, Papa, was geht? Ja, wir sind aber sehr freundlich, ne? Solange auf einer Stelle stehen zu bleiben, das ist wirklich freundlich. Okay, Mr. Schatten-Scheiße. Wie geht es Ihnen? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Was sagst du jetzt? Okay, das ist natürlich ein Argument. Das habe ich jetzt so wahrgenommen. Ah, nein, super. Schild ist ready. Ich vergesse es jedes Mal, dass diese Donut nur vorkommt. Das ist einer der Busse, da denkst du dir einfach nur, die wirst du nie schaffen, 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 die wirst du nie schaffen. Immerhin, alleine in dem Video habe ich jetzt mehr Schnitte als so mancher Yorusa-Youtuber in seiner gesamten Laufbahn. Hooray. Ich freue mir einen Astag. Vielleicht ist der Hammer noch besser für mehr DPS. Ich weiß es nicht. Aber der Schild ist halt einfach unersetzlich. Ach, schade zu früh. Der Schild ist halt einfach unersetzlich. Der hilft mir so viel. Ohne den Schild würde ich nicht mal ansatzweise so weit kommen. Ich wäre auch einfach viel zu nervös, wenn ich gegen diese Frost kämpfe. Ich denke mir, sobald er irgendwas macht, musst du sofort rollen. Aber nein, du musst erst mal checken, was du machst. Guck mal hier, da muss ich gar nichts lücken. Ne, und dann, ähm, rollen wir da schön durch, geben irgendwas mit, rollen wieder da durch. Okay. Perfekt. Oh, schön. Das läuft dann wirklich gut. Ah, aber jetzt kommt die Explosion. Vorsicht. Vorsicht. Aha, muss ich also wegrollen. Okay. Ah, da habe ich die Rolle durch den Porten genommen. Habt ihr gesehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Okay. Sehr schön, Schild. Danke, 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 danke. Okay, ich wollte noch rollen. Hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Blind Faith. Ein neues Achievement. Krause Eye. Kränauge. Das Auge der Krähe. I have an old crow. All knowing and all seeing. Present hold up and killing locations to my... Oh mein Gott. Es ist Schnellreise. Es ist Schnellreise. Es ist Schnellreise. Oh mein Gott. Das ist gut. Das ist gut. Dann reisen wir doch direkt mal hier hin. Nach Anna City. Da müssen wir nämlich noch nach links. Schnellreise. Oh shit. Das ist ja cool. Gut. Dann können wir noch zum Schluss hier atonen. Und dann werde ich die Aufnahme auch endlich mal beenden. Jetzt können wir es. Soul Siphon. Nice. Nice. Das heißt, wir haben jetzt eine 3%ige Chance, einen unserer Heels zu refreshen. Sobald wir einen Gegner töten. Das ist nicht schlecht. Vor allem, weil uns das Game in letzter Zeit anscheinend mit Gegnern zumüllt. Das heißt... Vielen Dank.